Ja, hallo zusammen. Ich identifiziere mich mit der Vergangenheit. Vielleicht sieht man mir das auch an. Und zwar, die Vergangenheit hat für mich noch ein paar offene Baustellen, wie das auch heute schon angedeutet wurde. Die Geschichte ist leider in vielen Fällen gefälscht und deswegen heißt unser Lied auch Dunkelziffer. Damit beziehe ich mich auf verschiedenste Zahlen in den historischen Büchern, die einfach nachweislich nicht stimmen. Und das ist in sich eigentlich eine traurige Sache, vor allem wenn es um Opferzahlen geht, wenn es um Leute geht, die extrem gelitten haben und um Ungerechtigkeit. Und hier wird geschummelt. Und das hat Andreas Popp heute auch gesagt, der Sieger schreibt die Geschichte und verfälscht die entsprechend. Und von dem her muss man sagen, wir versuchen ein paar Fakten zu bringen in diesem Lied per Rap. Das ist meine Schwester Ruth Elpida. Sie wird heute rappen für uns. Und das sind natürlich traurige Themen. Dennoch möchte ich sagen, wir möchten nicht Trübsal blasen mit diesem Lied, sondern die Pointe des Liedes ist eigentlich da, wo wir singen. Wir schreiben neu die Geschichte der Zeit, weil Geschichte immer nur der Sieger schreibt. Vom Gedanken her, und daran glauben wir ganz fest, die Gerechtigkeit wird siegen und die Gerechten mit ihr. Und deswegen wird auch die Geschichte ganz anders aussehen. Und das glauben wir alle. Und es ist ein großes Vorrecht, dass ich mit meiner Familie dieses Lied ja singen darf. Das ist gar nicht selbstverständlich. Auch hier am selben Strick zu ziehen, das ist ein mega Feeling. Auch die Bühler Band ist auch eine Familie, die ins gleiche Horn blasen. Das ist wirklich eine schöne Sache. Und ich freue mich drauf, das Lied mit euch zu singen. Und ich freue mich drauf, das Lied mit euch zu singen. Kannst du die Stimmen hören, ohne sie hierauf zu beschwören? An Beinen aus der Unterwelt, ihr schreinenden Ohren gilt. Jahrzehntelanger Wiederhall, von Schüssen, die dumpf aufbrallen. Wie könnt ich schweigen, ignorieren, dass Dunkelziffern eure Gräber ziehen? Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen? Dieses Ohrrecht wollen wir nicht mehr übersehen. Wir ziehen eure Leiden ans Licht. Wie viele Menschen verhungerten in der Ukraine und in Kasachstan bei der staatlich bewusst herbeigeführten Hungersnot in den 30er Jahren. Vier Millionen starben, so sagen die öffentlichen Zahlen. Doch es waren sieben Millionen, ein Tod unter höllischen Qualen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Zivilbevölkerung bombardiert. Zentneran 635.000 oder 10 Millionen krepiert. Und 6 Millionen deutsche Nachkriegsdorfer nie wurden registriert. Von den Siegermächten zu Tode gehungert, ja exterminiert. 1963 erlag John F. Kennedy dem Kreuzfeuer der CIA. Danach starben 35 Augenzeugen, als wär's ein Killergame. Fünf Jahre später wiederholt sich das Spiel, das Same Again. An Kennedys Bruder. Ich frag nur, wie sinnlos musstet ihr von uns gehen? Wie sinnlos musstet ihr von uns gehen? Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen. Wir ziehen eure Leiden ans Licht und die wahren Drahtzieher vor Gerücht. Doch auch heute geschieht ein Massenmord. Wir marren der Gesundheit, des Komforts. Die Konzerne sollen jetzt mit profitieren. Dazu braucht man nur noch Forscher zu spielen. Gibt es wirklich keine Wissenschaftsstudien zur Schädlichkeit von Mobilfunk? In Wartzen ist 34.861 Punkt. Um Handy ein Tent, vierfache Krebsrate, steigende Tendenz. Nipps Fähgeburten, Erbgutschäden, Unfruchtbarkeit und Impotenz. Wie viele Erkrankten an Autismus nach der Impfung endet er. Allein in den USA 250.000 oder unüberschaubar mehr. Warum starben im selben Land 14 Ärzte? Mysteries in fünf Wochen? Weil diese aktiven Impfgegner die Geschäfte der Pharma antworten? Mysteries verstarb auch der Kinderhändler und Milliardär Edstein. Denn ein toter Vogel singt nicht, die Untersuchenden durften nicht sein. Um den Kinderhändlern am Markt zu truf, starben 27 Augenzeugen. Die hohe Dunkelziffer im Kindesmissbrauch ist nicht mehr so neu. Wie sinnlos muss es hier von uns gehen? Dieses Unrecht wollen wir nicht mehr übersehen. Wir ziehen eure Leiden ans Licht und die Waren verzieher vor Gericht. Nach Eporen der Machtlosigkeit haben wir uns von den Ketten befreit. Schreiben neu die Geschichte der Zeit. Weil Geschichte immer nur der Sieger schreibt. Weil Geschichte immer nur der Sieger schreibt. Das sind die Untertitelung. Untertitelung. BR 2018